Wir freuen uns, dass wir heuer die Auftragsveranstaltung zur Zero-Project-Konferenz hier im österreichischen Parlament abhalten dürfen. Das Thema ist Digitalisierung, Bildung, Inklusion und der Schirmherrschaft des österreichischen Parlamentspräsidenten. Wenn wir ein offenes Parlament sein wollen und die Barrierefreiheit anstreben, dann müssen wir auch alles darum tun. Es ist für uns eine ganz große Chance. Ich mache das mit einer ganz großen Freude und Dankbarkeit, dass wir ausgewählte fünf Innovationen Ihnen vorstellen wollen, die alle fit sind und bereit sind, nach Österreich gebracht zu werden. Das Institut für inklusive Bildung ist ein Institut für alle. Das, was ich weiß und das, was ich kann, das weiß nur ich und das kann nur ich, weil ich einzigartig bin. Eine beeindruckende Veranstaltung, die zeigt, wie es möglich ist, dass behinderte Menschen Teilhabe an der Gesellschaft, vor allem an der Bildung, haben können. Einer der wichtigsten Sätze war, dass nicht jede Technologie automatisch barrierefrei ist. Das heißt, wir müssen gerade bei diesen Veränderungen darauf achten, das wirklich für jeden zugänglich machen. Was wir unbedingt aufhören müssen, ist Menschen zu sortieren. Die Schule, wie ich sie mir wünsche, ist eine, wo jeder Mensch in seiner, ihrer Eigenart genommen wird, wie er oder sie ist. Heute haben wir auf dieser Veranstaltung ganz viele Ideen gehört, was der technische Fortschritt in diesem Bereich tun kann. Und ich glaube, dass, wenn wir die alle umsetzen können in Österreich, wir einen großen Schritt zur inklusiven Schule schaffen. Bildung finde ich wichtig, weil es der Schlüssel ist zur Inklusion deiner gemeinsamen Gesellschaft. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass beide Seiten einfach aufeinander zugehen und auch wissen, dass sie vieles von den anderen lernen können.